Persönliche Konsequenzen sind für mich nicht zu befürchten. Das waren so meine Gedanken. Welch ein Eiertuch ein scheiß Corona ist es? Das ist ein Geist. Zunistik, Zunistik. Naja, und den Urlaub haben wir natürlich auch abgesagt. Wir wollten eigentlich in der Bretagne sein. Jetzt fahren wir eine Woche nach Cuxhaven. Ein neues Leben. Das SARS-CoV-2. Das Corona-Virus verändert. Das Leben in unserem Land in Ramach. Damals konnte eine weltweite Verbreitung gestanden. Dieses Virus ist neu. Auf keinen Fall Panik machen zu wollen, Panik zu schüren. Sie sind aufgerufen, Ihre Häuser möglichst nicht zu verlassen. Das Corona-Virus breitet sich knapp einen Monat nach dem ersten Auftreten in China weiter aus. Erstmal sind etwa 1.400 Menschen infiziert. 41 Staten bis an der Welt. Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Ein neues Leben. Das Leben. iso68 fascina iro nen stat